herzlichen glückwunsch ich gehe davon aus dass sie offen für veränderungen sind dass ihr business neu gestalten und noch erfolgreicher werden wollen denn dann sind sie hier genau richtig mit diesem video wird sich vieles für ihren geschäftsalltag verändern nutzen sie diese einmalige chance und lassen sie sich von diesem genialen marketing system faszinieren mein name ist klaus götz ich bin seit mehr als 30 jahren als unternehmer tätig und habe ein unternehmen in den unterschiedlichsten größen und segmenten von 0 auf 100 aufgebaut ich komme aus der praxis und fühle mich im aufbau von unternehmen in meinem element aus meiner langjährigen erfahrung weiß ich ganz genau was sie benötigen und auch was damit sie sich voll auf ihr geschäft konzentrieren können habe ich in zusammenarbeit mit profis ein schlüsselfertiges internet geschäftssystem entwickelt viele unserer kunden haben nachweislich bereits nach einem jahr 40 prozent steigerung und mehr erzielt funktioniert das auch bei ihnen ja wenn sie jetzt ihre chance wahrnehmen und wie das geht das sehen sie jetzt gleich ich möchte ihnen nun unser neues schlüsselfertiges internet geschäftspräsenzsystem vorstellen das nach den strengen kriterien von google für sie von uns wir haben hier ein schlüsselfertiges konzept erstellt sie haben nun die möglichkeit sofort auf dem markt präsent zu sein dies ist nicht nur für das finden im internet immer mehr von höchster bedeutung nein es ist auch sehr wichtig dass sie lokal gefunden werden also wenn sie ein lokales geschäft haben lokales business haben es ist ein erprobtes konzept nach den strengen neuen kriterien die sie für einen erfolgreichen markteintritt unbedingt benötigen denn wie heißt es so schön bei google was google nicht kennt gibt es nicht sehen sie nun hierzu einen kleinen film stadtbild war gestern testen sie unverbindlich bewegte bilder im internet anerkannte internetexperten sagen was google nicht findet existiert nicht 13,6 millionen lokale videosuch anfragen im monat neun von zehn menschen beziehen das internet ihre kaufentscheidung mit ein profitieren sie jetzt von ihrem persönlichen firmen clip ihre vorteile er vollständigen sie ihren internet auftritt präsentieren sie sich rund um die uhr optimale suchmaschinenplatzierung lassen sie sich finden suchen wir nach einem buchbinder im ortenau kreis schon vor der kompletten eingabe zeigt uns google suchergebnisse für buchbinder an dieser hier hebt sich von allen anderen ab denn er wird mit einem clip von regional.de geben wir den kompletten suchbegriff ein derselbe buchbinder erscheint nun mit seinem clip top platziert in den google suchergebnissen wenn wir auf das ergebnis klicken landen wir auf dem persönlichen firmen clip auf regional.de einfacher geht's nicht mehr kunden mehr umsatz mehr gewinn ihr eigenes firmen video und wann präsentieren sie ihr unternehmen ich möchte ihnen nun mal ein paar live demos präsentieren teilweise basierend auf Filme teilweise basierend auf Bilder oder ein mix davon die sind davon ab was für material wir noch von ihrer seite zur verfügung gestellt bekommen www.amerikaner.de Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, nun möchte ich Ihnen mal das System vorstellen. Beginnen wir mit dem Content-System. Hier der Kern, der wichtigste Punkt, ist das Blog- und Redaktionssystem, das Sie selber mit den Inhalten permanent befüllen können. Also Bilder, Texte, Filme, was auch immer. Sie können es selber eingeben. Das ist sehr wichtig, dass Sie unabhängig von uns sind, unabhängig von einer Werbeagentur oder irgendwelchen dritten Firmen oder Beteiligten. Sie geben Texte, Berichte, Neuheiten ein. Sie haben irgendwelche Aktionen, irgendwelche Specials, irgendwelche Neuheiten. Sie können einen kleinen Clip von Ihrer Firma einstellen oder selber auch machen. Und, falls gewünscht, ein Internet-Shop. Mit dem Internet-Shop haben wir unterschiedliche Varianten. Wir starten normales immer mit einem Basic-Shop, der Sie auch sehr schnell und einfach füllen können. Hin bis zu einem Datenbank gesteuerten Internet-Shop, wo Sie unbegrenzt viele Produkte mit verwalten können. Hier bitte müssen wir nochmal im Detail darüber reden, welche Größe, welche Art von Internet-Shop für Sie der wirklich beste ist. Dann gehen wir zum Management-System. Hier beginnen wir, dass wir für Sie Ihre Branchen-Keywords definieren. Das ist vergleichbar mit dem Fundament in einem Haus. Das muss genau stimmen. Wenn das nicht stimmt, ist der Rest nicht gut. Dann folgt eine Keyword-optimierte Domäne entsprechend zu finden und entsprechend halt dieses dann zu registrieren, freizuschalten. Und entsprechend dann der nächste Schritt, wir tun für Sie Ihren Webspace einrichten und ebenfalls dann auch freischalten. Wichtig ist auch für Ihr CD und CI, damit Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse haben. Wir registrieren Ihre eigene E-Mail-Adresse und wir richten auch Ihre eigene E-Mail-Adresse beim Provider entsprechend ein. Was immer ein bisschen schwierig ist, ist das Einrichten dann bei Ihnen auf Ihrem eigenen Rechner, wobei wir hierfür die unterschiedlichsten Tutorial, für die unterschiedlichsten Software haben. Wenn Sie von uns das wünschen, können wir das natürlich gerne für Sie machen. Wir müssen dies eben nach Zeitaufwand abrechnen, weil jeder Computer, jede Software einfach unterschiedlich ist. Gehen wir weiter zum Lokalmarketing. Das ist elementar für die lokale Suche vor Ort, damit die Kunden Sie vor Ort auch wirklich finden. Hier sehr wichtig, die Registrierung und die optimierte Eintragung in Google Places. Sie haben das bestimmt schon bemerkt, wenn Sie in den Suchmaschinen waren. Da kommen dann, wenn man eine Branche eingibt, rechts gleich die ganzen Firmen in dieser Branche in Ihrem Bereich aufgrund der IP-Adresse und dann noch gleich in deiner Landkarte. Wir optimieren dies für Sie, damit die Kunden ganz schnell wissen, wo sie sie auffinden. Immer noch sehr gut sind die gelben Seiten. Wir machen die Registrierung für Sie. Wir tragen Sie ein in die gelben Seiten. Keyword optimiert in Ihrem Branchenverzeichnis für drei Branchen. Und natürlich wie in dem Film vorher präsentiert, Registrierung und Eintragung im regionalen Branchenverzeichnis. Das ist sehr wichtig auch für das Finden in den Suchmaschinen später wieder. Gehen wir weiter zu den Social Media. Hier ganz vorne immer noch Facebook. Wir erstellen für Sie eine Funken Präsenz, registrieren diese und tragen diese ein, designen diese, damit Sie auch in Facebook einen Like-Button haben, damit die Kunden Sie auch über Facebook finden. Und vor allem, Sie können dadurch sehr schnell überall leicht Werbung machen und ein Viral-Marketing betreiben. Das gleiche gilt für Google Plus, die moderne Variante, praktisch das Pendant zu Facebook. Hier machen wir ebenfalls für Sie eine Firmenseite, registrieren Sie, erstellen die ganze Seite und tragen Sie natürlich optimiert ein. Dann natürlich optional noch die Freischaltung und Veröffentlichung Ihres Filmclips in über 20 Filmportalen. Wie zum Beispiel YouTube, MyVideo und so weiter. Wir machen das alles für Sie Keyword optimiert in den ganzen Filmsoom-Maschinen. Und das hat einen großen Vorteil, dass Sie wirklich ganz vorne dann später bei Google wieder dabei sind. Und optional Registrierung bei Xing. Xing ist eine der wichtigsten Plattformen im deutschsprachigen Raum für Business-to-Business. Also wenn Sie einen großen Geschäftsanteil an Geschäftskunden haben, ist diese Plattform sehr wichtig für Sie. Hier finden Sie wirklich gute, hochqualitativ wertvolle Kontakte, da hier die Entscheidungsträger vertreten sind. Eigentümer von Betrieben, die Abteilungsleiter von Betrieben, die Geschäftsführer und so weiter. Und weiter optional gehen wir zur Logistik. Hier können wir für Sie ein Warenwirtschaftssystem installieren. Dieses System ist für Sie gratis. Was wir machen ist die Registrierung, die Firmdaten für Sie einrichten. Die Installation bei Ihnen auf Ihrem Rechner über Vorwarnwartung. Sie können mit diesem Warenwirtschaftssystem Ihre ganze Geschäftsprozesse normalerweise abdecken. Also Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen, die ganzen Kundenverwaltungen, Lieferantenverwaltungen, was alles zu den ganzen Geschäftsprozessen einfach dazugehören. Und haben Sie einen Produktverkauf, natürlich direkter Verkauf über Amazon, direkter Verkauf über Ebay und weitere Plattformen. Sie wissen ja, dass wir einen Support für Sie extra anbieten. Wir möchten, damit Sie reibungslos und schnell mit dem System arbeiten können und nicht zu viel Zeit verschwenden und sich auf Ihr Kerngeschäft einfach weiterhin konzentrieren können. Wenn das nicht reicht, haben wir zusätzlich einen neuen Support eingerichtet, ein VIP-Paket. Hier sind auch unter anderem dabei aktuelle Software-Updates und bessere und schnellere Erreichbarkeit, sowie noch mehr Schulungsfilme. So wie Sie sehen, ist das ein rundes Paket, wo Sie wirklich alles dabei haben. Es sieht jetzt sehr viel oder sehr kompliziert für Sie aus, aber in Wirklichkeit läuft das alles im Background. Sie selber haben damit nichts oder wenig zu tun, wenig Arbeit. Sie können Ihrem Alltagsgeschäft nach wie vor weitergehen. Bestimmt habe ich Sie jetzt von diesem schlüsselfertigen Internet-Geschäftssystem überzeugt. Doch nicht genug, ich habe einen Bonus für Sie vorbereitet. Ein Business-Coaching-Seminar. Sie erhalten von uns in regelmäßigen Abständen Seminare, Workshops, ähnliches per Video oder per E-Book über das Pflegen und erfolgreiche Weiterführen von diesem Internet-Geschäftssystem. Alleine das ist schon sehr, sehr, sehr viel normalerweise wert, wenn Sie mal schauen, was bei uns solche Seminare normalerweise kosten. Doch, Bonus 2. Habe ich für Sie vorbereitet. Wir melden Ihr schlüsselfertiges Internet-Geschäftssystem bei den wichtigsten Suchmaschinen für Sie an. Und in erster Linie natürlich Google optimiert. Und nicht genug, ich habe noch einen Bonus. Bonus 3. Unser Support. Sie erhalten ab sofort den kostenlosen E-Mail-Support, der wirklich individuell von uns und auch viel von mir mitbetreuung wird. Denn uns ist extrem wichtig, dass Sie mit unserem System sehr erfolgreich werden. Und ich habe noch einen Bonus. Bonus 4. Das Google-Plus-Seminar. Es ist ein einstündiges Seminar, auf Video aufgenommen. Dieses erhalten Sie in diesem Paket noch kostenlos auf einem Google-Plus-Ergebnis-Seminar. Und so werden Sie noch erfolgreicher mit Hilfe von diesem Seminar in Google. Ja, was denken Sie, was diese Boni allein schon wert sind? Wenn Sie es mal zusammen addieren, werden Sie feststellen, es ist eigentlich mehr wert, was das ganze System für ein Jahr kostet. Sie fragen sich sicherlich, was ist denn nun der Unterschied? Ich kann doch so eine Webseite überall installieren lassen. Doch, ich glaube, Sie haben erkannt, es handelt sich nicht nur um eine bloße Webseite. Wir haben für Sie ein komplettes System installiert, welches Sie sofort auf den Markt gehen können. Achtung, nur begrenzte Anzahl. Wir möchten eine individuelle Betreuung und Service für Sie bieten. Und können nur eine begrenzte Anzahl dieser schlüsselfertigen Internet-Geschäftsmodelle anbieten. Deswegen, sichern Sie sich so ein Modell, jetzt gleich, melden Sie sich gleich an, dann sind Sie dabei. Denn jeder Tag ist ein Gewinn. Söcheln Sie nicht, Sie kennen ja die Regeln. Was Sie in den nächsten 72 Stunden nicht anfangen, werden Sie nie anfangen. Melden Sie sich gleich an und ich sende Ihnen dann die weiteren Unterlagen sofort zu. Mein Name ist Donald Gertz und ich bin Grinchin und ich bin Volklin. Behörde keine Regeln.